Wie behebt man den Fehler von Grand IP, wenn das Windows XP-Fenster kommt, wo ich schon mal auf hochgeladen habe? Dann müsst ihr einmal hier rein, bei euch ist es hier drinnen und dann kommt, einen Moment, dieser Ordner hier. Rechtsklick, löschen und dann neu installieren, komplett für neu. Und dann müsste alles wieder funktionieren. Sollte es nicht funktionieren, einfach sich mal an Support melden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.